So, my friends, welcome back to Shadowhawks Inc. Und diesmal Fresh Digger am Start. Jawoll, ich habe Hilfe bekommen. Ich bin nicht mehr alleine. Jawoll, mal gucken, was wir zusammen reißen werden. Ja, wenn ihr auch dabei sein wollt, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung zu unserer Crew. Könnt ihr beitreten, dann seht ihr, wann wir aufnehmen. Und dann könnt ihr mit uns spielen und uns unterstützen. Und zusammen rocken wir die Shit. So, eine Kiste ist noch offen, dann ist Lagerhaus voll. Und dann kommt die Kohle ran. Ja, kann ich gern, können wir gern mal machen. Aber erstmal müssen wir die Shadowhawks Inc. nach vorne bringen. Ja, super, dass das schon mal geklappt hat. Und hast du kurzer Zeit, mit einem von euch zu spielen. Mal sehen, was wir schaffen. Steigen wir mal ein hier. Oh, mein schönes Auto. Oh, das sieht hier schon wieder gar nicht gut aus, was hier schon wieder los ist. Ich glaube, da sind schon wieder ein paar neue hinzugejoint. Aber okay, schauen wir mal. Oh. Je nachdem, wie wir hier durchkommen, schaue ich mal, ob ich doch noch irgendwie noch ein Lagerhaus dazukaufe. Oh, das ist ein Lagerhaus dazukaufe. Verpiss dich, verpiss dich. Lass zu, lass zu. Alle hätten abgeben müssen. Nein, zurück, zuck, zuck, zurück. Nein, es brüttt. Oh, shit. Oh, die sind sauer. Oh, fuck. Oh, es ist denn hier los. Los provozieren, los provozieren. Alles gut, alles gut. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ey. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Rettendrin. Ja, perfekt, perfekt. Oh, scheiße, er kommt hierher. Weg, weg, weg. Oh, jung, was ist hier los? Was ist denn hier los? Wisst ihr euch, ihr scheiß Bullen? Oh, wo führt er mich denn hier lang? Okay, keiner folgt uns. Oh, Alter, was ist denn hier los auf einmal auf dem Server? Eben war doch noch so chillig. Jetzt zischen wir die Hölle los. Okay, das Lager ist auch nicht weit weg. Easy, easy. Pack mal locker. Oh, shit. Oh, shit. Wo kommen die denn her? Du regelst, du regelst. Fresh Digga regelt. Oh, fuck. Und ich regel dir gar nichts. Okay, ich hoffe, es kommt... Oh, Maul. Ich seh dir mal nicht. Ich hoffe, es kommt keine mehr. Oh, davon ist noch ein Spieler. Oh, davon ist noch ein Spieler. Ah, scheiße. Das ist natürlich genau da, oder? Ich warte mal auf Freshi. Ich nenne ihn mal Freshi. Okay, der ist in der Tuningwerkstatt. Alles cool, alles cool. Rein hier mit dem Wohnmobil. Nice, easy. Mit Fresh Digga läuft. Ja, cool. Dann gleich den nächsten Auftrag hinterher. Wenn es schon geht. Ich glaube, ja, geht. Was machen wir mal? Machen wir Luftfracht? Headhunter? Ach, komm. No risk, no fun. Scheiß drauf. Bisschen rumballern. Oh. Komm, Fresh Digga. Wir reißen das. Leckt es wieder, oder? Ja. Leckt wieder. Ja, das hatten wir auch schon öfters. Miett wahrscheinlich sogar an mir. fucking KW-Deutschland. Ich sag euch, ey, so. Nur Probleme. Seitdem die bei Wunder vor sind. Alter, ey. Schon komplette Internetausfälle. Und YouTube buffert nicht. Das Internet geht an sich, aber YouTube buffert nicht. Oder allgemein Videos buffern nicht. Was ist das? Wie kann das sein? Also ein Scheiß. Scheiße. Scheiße, ich hab keine Haftbomben mehr. Shit, oder kann ich die nicht rauswerfen? Ah, pisst euch. Ich hoffe, irgendein Schlawiner von Spielern kommt nicht auf die Idee, die zu verteidigen. So wie es einmal ist. Dann gibt's wieder Krieg. Also wie das aussieht, sind die alle faul. Ich hab nur noch ein paar Jahre alt. Ah, zwölf Minuten. Schaffen wir locker. Auch wenn man alleine keiner kann. Und fahren sonst auch mal auf. Ah, okay, ist auch der gepanzerte Kuruma, ne? Ja, okay, ja, easy, gar kein Problem. Was hat denn da unten? Ich hab auch keinen Plan. Aber Fresh Digga scheint den Weg zu finden. Oder zu wissen. Ah, piste euch doch mal. Das war knapp. Aber warum so ein Spieler? Was immer er da treibt, wird nirgendwo. I'm so confused. Ist da aber nicht schon wieder. Oh, er war fies. Und du stehst instant wieder. Wo ist der denn? Ach, da vorne. Okay. Was, 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 was los? Leckt sie? Ich hoffe, es leckt. Okay. Schau. Fresh Digga-Regel. Gar kein Problem. Muss nichts machen. Sitz einfach. Und schieße aus ästhetischen Gründen. Wow. Das guckt ihr. Wächst schon wieder? sieht er das? Ich hoffe, er sieht es. Okay, er sieht es. Perfect, perfect. So läuft das. So kann das weitergehen. What? Oh, 3 Sterne, fuck. Ich hoffe, das ist von der Lautstärke des Spiels auch jetzt angenehm. Ich spiele damit ja immer so ein bisschen rum. Oh shit. Oh shit. Dauerfeuer. Wie viel die auch aushalten. Ja, nee, ey. Ist klar. Was, was? Wo, 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 wo? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nice. War auf jeden geplant. Ach so, die sind schon tot. Das habe ich nicht gemacht. Piss doch euch. Ihr blöden Bixer. Entschuldigung. Boah, einfach weg mit ihm. Du auch hier. Was willst du eigentlich von uns? Mö. Sitze zur Ruhe, man. Wir arbeiten hier. Lächerlich. Schau. Schau. Hab es doch. Die Muni muss weg. 8 Minuten noch, ja easy, oh da ist ein Spieler, oh da ist ein Spieler, oh da ist ein Spieler, oh da ist ein Spieler. Shit, ich kann hier nicht rausschießen. Hä? Achso, er hat den Dings erschossen, ja nice. Ok, ich bleib sitzen. Ja, nice. Perfekt. Wie lange dauert das bis zum nächsten? Hä? Wie so schnell? Maul. Achso, ne, das war uns auch noch. 10 Minuten. Äh, ne, schreibt überdeutsch. Nice! Äh, wo ist das? Bo 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 bo. Ja cool, das hat ja mal gut geklappt. Null Problems. Soll ja auch mal vorkommen. Manchmal kriegen wir auch was hin. So ist ja nicht. Mann, dieses Rumgelegge, das ist so zum Kotzen, ey. So kann man doch nicht arbeiten, echt. Jetzt gehen wir hier mal ganz cool die Treppen hoch. Und gehen ganz cool, was macht er da hoch? Ins Gebäude. Ah, scheiße. Wir haben einen Stern. Fuck. Runter! Runter! Weg, weg, weg! 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 Was? 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 But what? Was? Hä, was ist das für ein riesiges Ding? Für ein riesiger Schein, nenn man das? Ein riesiger Bereich. Baumpilz. Fahndungsbereich. Okay. Da kommt er runter, geschlendert, der Penner. Blöder Wichser! So, dann schauen wir doch erstmal nach dem neuen Lagerhaus. Wie das ist, wie viel das kostet, wie viel Platz. Ich will das zwar ungern ohne Pipo entscheiden, aber wir müssen vorankommen. So. Aber bevor das geschieht... Nein, nicht vor dem Ende. Nur nicht. Sondern bevor das geschieht... Hä? Könnte ich eigentlich auswählen, dass er mit rein kann? Äh. Hm. Rein mit dir! Erstmal ein... Genehmigen. Und dass hier alles ein bisschen gechillter läuft. Das läuft hier so schön. Muss man sich erstmal eingenehmigen. Da, klingelt er. Lass fresh Digga rein. So, äh, wo waren das? War das bei ihr? Hallo. Was brauchst du? Nein. So, wie läuft das denn hier? Wie läuft das? Ich will ein neues Lagerhaus. Ach nee. Das war ja in der App, oder? Ach nee. Besitzmittel. Unsere ist jetzt da. Das heißt... Die hier wäre gar nicht mal so schlecht. 42 Kisten müsste eigentlich reichen. Die kostet auch eine Million. Ah, eine große ist übertrieben. Die nächste kleine wäre jetzt hier unten. Ah, eine Million, ey. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich lass das erstmal. Ich lass das erstmal. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. nicht mit mich eine million für das mittler heftig wie ist die verfügbar hier ich muss erst wieder raus vor die tür auf die straße auf die hungrige straße so enthalten hat man headhunter die verfügbar das so enthalten spas mach immer wo sie es um hier fahrzeuge ja hier das geht doch gut Machen wir das doch. Schönen Karren klauen. Haben wir auch erst einmal gehabt, glaube ich. Oh, die Arme. Das hat wehgetan. Die Cops bewachen die Fahrzeuge gründlich. Wir bekommen ein Fahndungslevel. Achso. Wir haben jetzt schon ein Fahndungslevel? Okay, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh nein, und es leckt wieder. Ich hasse meine fucking Leitung. Hallo. Hallo. Ähm... Ja... Ich weiß auch nicht, wo er hier gerade ist. Ich krieg Schaden? Oh, er ist ja gerade irgendwie... Ist ja AFK. Was ist das, wenn ich jetzt aussteige? Ist er weg? Und ich stehe hier noch? Was? What the fuck? Ja, geil. Rennen, 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 rennen. Oh, ja, genau. Wie schnell sind die denn? Fuck. Ich brauche meine Karre, ich brauche meine Karre, ich brauche meine Karre. Ah, ich brauche meine Karre, ich brauche meine Karre, ich brauche meine Karre, ich brauche meine Karre. Da gehe ich auf. Ah. Oh shit, oh shit. Ja, genau, was ist hier los? Da ist es. Oh, fuck. Fuck, fuck it. Oh, fuck it. Oh, fahr, 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 fahr. Oh. Ja, übertreib vier Sterne, ey. Fuck off. Was ist hier los? Äh, was? Verpiss dich. Ja, er fällt genau neben mir. Scheiße, bin ich tot, ey. Was, 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 was? Oh, hier sind Spiele, ey. Verpiss dich. Wo ist das Fahrzeug? Oh nein, der Spiele ist hinter mir. Ah, was dann, alter. Ciao. Und jetzt? Steh das Fahrzeug. Hä? Dann wähle ich doch schon mal vorsichtshalber den Raketenwerfer aus. Ich brauche ein Fahrzeug, aber schnell. Ich brauche ein Fahrzeug. Und zwar deins. Go, 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 go. Ach, Spiel. Ciao, jetzt mein zum Arsch, oder was? Nein, er ist gestorben. Fräsch, Digger, nein. Ich komme. Ja, tschau. Das sind ja los. Ey. Fuck, alter. Es war auch das letzte Mal nicht so übertrieben. Scheiße, ey. Ja, danke. Danke. Er überfährt mich einfach. Eiskalt. Ja, mach ganz ruhig. Mach ganz ruhig. Wir sind ja nur Millionen du-sen-Föhlen unterwegs. Ja, du scheiß Dreck hier, ey. Verpisst euch. Oh, ciao. Oh, übertrieben. Was soll man das denn machen? Oh, vielleicht mal auf die Straße achten. Nee, verpisst euch. Oh, ja. Fahr, 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 fahr. Wo ist das Auto da? Fährt er jetzt damit? Oder steht das da rum? Was? Wisst ich. Frisch, Digger, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin völlig hilflos. Ja, ja, tschau. Weg mit euch. Ich darf mich nicht drehen, dann bin ich tot. Das ist ein bisschen Ruhe. Scheiße, ey. Wo will das Navi hier schon wieder lang? Wenn der Punkt da rechts ist. Wieso soll ich dann ja in die Todesfalle fahren? Ja, komm, ey. Oh, Versteiger, ich hoffe, du regelst das. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Vorne ist er. Er ist geradeaus gefahren, dann fahr ich auch geradeaus. Ich lenke die Scheiße auf mich. Nein, er ist gestorben. Davon ist er okay. Und ich will nicht mehr den Heli. Ja, wie soll ich das machen? Ganz fucking Bullen hier. Ich fahr hier erst mal hoch. Ich glaub, das hat er auch gemacht. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, jetzt schnell, jetzt schnell. Ich hoffe, die Scheiße taucht hier vor mir irgendwo auf. Nicht hinter mir. Oh, nein. Natürlich hinter mir. Oh, ja, genau. Was macht er? Renn doch. Hallo. Oh, ja. Gar keine Chance. Gar keine Chance. Ich hoffe, ich schaff's irgendwie zum Heli. Was steht da? Vorne. Das ist doch nichts. So schon gar nicht, du Pisser. Oh, ja. Leg dich schlafen, ey. Renn doch. Zwei Raketen hab ich noch. Alter. Das schaff ich nicht. Das schaff ich auf keinsen. Ich komm hier nicht weg. Was soll ich machen? Was machen? Gar keine Chance. Da kommen sie schon wieder alle. Pisst euch. Steht doch schon wieder sonst wo. Aber ich halt auch überhaupt nichts aus. So, bis wir nichts gepanzert. Ich glaube nicht. Das ist mir nicht schnell mit der Karte. So. Ich bin übel viel Zeit verschwindet. Keine Ahnung, wo du bist. 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 Vershi. Naja. Ich kann nicht mein Leben regenerieren. Schon hab ich hier einen Schuss drin. Bist euch. Ach, ciao. Komm ich während der Fahrt an Snacks. Ich regeneriere schon ein bisschen. Oh, Junge, ey. Das ist ja extreme Scheiße. Das ist ja kapistisch. Du auch. Oh, Junge. Das zweite K ist ein Auto hier. Ey, Bulle oder was? Und, Straßensperre. Und. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh. Du bist du? Nein. Fuck. Du Nutte. Ja, danke Auto. Lach mich auch noch aus. Hä, wo sind die jetzt hin? Die werden doch gerade alles voll. Ich spawne wieder hier bei meinem Auto und keiner mehr da. Pisst euch, ihr wöden Wichser. Go, 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 go. Freshie, wo bist du? Ich komme so schnell ich kann. Na, Junge, was ist denn hier los? Mensch. Oh, Alter. Oh, nein. Oh, fahr, 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 fahr. Was ist der? Verpisst er? Verpisst er euch? Oh, wo muss ich denn hier hin? Zwei Kilometer. Ich muss die Frage, wo Freshie ist. Ist vom Radar verschwunden. Oh. Fresh, Digga, du bist schlau. Oh. Aber du musst doch nicht Geld für mich ausgeben. Oh, ja. Ah, übertreib. Übertreib, ey. Oh. Boah, hat man so geschafft. Ey, ist das hier ne Scheiße. Ist das hier ne Scheiße. Hier vorne ist das Ziel. Wo ist er? Ja, 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 genau. Fick dich. Wo ist er denn gefahren? Ah, er ist durch die Pampa gefahren. Ich hab auch keine Ahnung, wie lange die Aufnahme schon geht. Wahrscheinlich will ich die Überlänge werden. Ob ich die Zeit alleine nicht einschätzen kann. Ah, davon ist er. Freshie, ich bin da. Ich halt die Bullen ab. Kommt, ihr Wichser. Kommt, ihr Wichser. Oh, egal. Ah, er macht das. Da vorne ist das. Oh, das ist nur ne Straßensperre. Okay, er regelt. Woaaaaaah. Woaaaaaah. Da hat es mich voll zerlegt. Aber ich bin hier gelandet. Nice. Ähm, da kommt die ganzen Bullen angefahren. Ja, fahrt in meine Karre rein, ihr blöden Ficker, ey. Ja. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank an dich, FreshDigger, fürs Mitmachen. Wie gesagt, wenn ihr auch mitmachen wollt, ab in die Crew. Ihr könnt sehen, wann ihr online seid. Und wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.